Moin Moin, ich bin Jon. Warum fahre ich den Uwex Aero-Helm? Der Uwex Race 9 ist der Helm meiner Wahl. Ich bin vom Fahrertyp halt eher im Flachen zu gebrauchen. Heißt, ich fahre flachere Rennen, in den Bergen versuche ich die anderen bestmöglich zu unterstützen und deswegen brauche ich gerade an der Ebene was windstätiges, was aerodynamisches. Der Uwex Race 9 ist besonders bequem, das ist ein riesen plus und gerade hier bei der Portugal Ruford haben wir sehr hohe Temperaturen und dabei ist er sehr gut belüftet, was für einen Aero-Helm sehr selten ist. Vom Gewicht her ist er auch sehr gut, bewegt sich im hohen Mittelfeld und deswegen ist der Race 9 meiner Meinung nach ein Top-Helm.